Der Zauberspiegel In Linz an der Donau lebte vor vielen Jahren ein armer Schneider mit seinem Sohn Peter. Der trat bei einem Goldschmied in die Lehre und bald zeigte sich, dass er auch für die schwierigsten Arbeiten sehr begabt war. Als Peter Geselle geworden war, ging er auf die Wanderschaft. Er wollte in der Fremde noch etwas dazulernen. So kam er nach Mailand. Dort arbeitete er bei einem alten Goldschmied. Der Meister gewann Peter bald so lieb, als wäre er sein eigener Sohn. Tja, einmal sagte er sogar, wenn ich sterbe, wirst du mein einziger Erbe sein. Die Zeit verging und schließlich wurde der Goldschmied wirklich sterbenskrank. Er ließ Peter an sein Bett kommen. Geheimnisvoll reichte er ihm einen alten Handspiegel und sagte, Nimm diesen Spiegel. Er ist das Kostbarste, was ich besitze. Peter betrachtete den Spiegel. Er dachte, naja, er ist zwar recht alt, aber kostbar sieht er nicht aus. Da flüsterte der sterbende Mann, dieser Spiegel sieht aus wie andere. Und doch ist er so seltsam wie kein zweiter. Er zeigt dir alles, was du sehen willst. Wenn du von einem Menschen wissen möchtest, wie er wirklich ist, wird dir der Spiegel dabei helfen. Befiehl ihn, dir diesen Menschen zu zeigen. Bleibt der Spiegel hell und klar, ist der Mensch ohne Fehler und Schwächen. Je mehr sich der alte Spiegel trübt, umso mehr gibt es an dem Menschen was auszusetzen. Und danach kannst du dich richten. Wenig später starb der Goldschmied und wurde zu Grabe getragen. Peter trat das reiche Erbe an. Er arbeitete jetzt noch fleißiger als früher. Bald wurde er Meister und genoss überall hohes Ansehen. Um nicht länger allein bleiben zu müssen, sah er sich nach einem Mädchen um. Da war eines, das gefiel ihm recht gut. Und er überlegte schon, es zu heiraten. Da fiel ihm der Zauberspiegel ein. Er holte ihn aus der Truhe und befahl ihm. Zeige mir das Mädchen, das ich heiraten möchte. Kaum hatte Peter das gesagt, zeigte ihm der Spiegel trüb und verschwommen, wie sich das Mädchen gerade mit Juwelen behängte. Selbstgefällig drehte sie sich hin und her und holte immer neue Kleider aus dem Schrank und verglich sie miteinander. Jetzt wusste Peter, dass ihm der alte Goldschmied wirklich einen besonders wertvollen Spiegel hinterlassen hatte. Er wusste aber auch, dass er dieses Mädchen nicht heiraten würde. Sie war ihm viel zu eitel. Als er nach einiger Zeit wieder den Spiegel befragte, nach einem anderen Mädchen, zeigte der auch wieder dieses trübe und verschwommen als ein streitsüchtiges und ungerechtes Wesen. Wieder später zeigte ihm der trübe Spiegel ein Mädchen, das bei hellem Sonnenschein noch faul im Bett lag, während im Zimmer die ärgste Unordnung herrschte. Immer wieder befragte Peter den alten, kostbaren Spiegel. Manchmal zeigte er ihm ein Mädchen beim Kochen oder beim Nähen oder beim Waschen, aber ganz hell und rein war er bei keiner. Da sagte sich Peter, gut, es hat keinen Sinn, noch weiter zu suchen. Am besten wird es sein, ich bleibe allein. Die Jahre vergingen. Peter arbeitete fleißig wie bisher. Er wurde sehr reich. Glücklich, glücklich, aber nicht. Immer quälte ihn das Heimweh. Eines Tages befahl er dem alten Spiegel, zeige mir doch meine Heimat. Ganz ungetrübt zeigte ihm der Spiegel die Donau mit Linz auf dem rechten und Urfahr auf dem linken Ufer. Peter sah die große Brücke, die beide Orte miteinander verbindet. In allen Straßen und Gassen herrschte Regestreiben, denn es war gerade Markttag. Nun wollte Peter auch wissen, wie es seinen Eltern geht, die er vor vielen Jahren verlassen hatte. So befahl er dem Spiegel, lass mich meinen Vater und meine Mutter sehen. Der Spiegel zeigte auch diesmal ein Bild, glasklar, aber es war nur ein Grabhügel, auf dem keine einzige Blume blühte. Jetzt hielt es Peter nicht länger mehr in Mailand. Er verkaufte alles, was er nicht mitnehmen konnte und kehrte als steinreicher Mann nach Linz zurück. Sein erster Weg führte ihn zum Grab seiner Eltern. Er ließ es pflegen und schmücken, dann suchte er seine alten Freunde auf, aber viele von ihnen waren schon verstorben. Peter kaufte das schönste Haus auf dem Hauptplatz von Linz und eröffnete einen Goldschmiedladen. Die Leute staunten nicht wenig, als in den Schaufenstern die herrlichen Schmuckstücke sahen. Es sprach sich rasch herum, dass der Goldschmied der heimgekehrte Sohn des verstorbenen Linzer Schneiders war. Nur durch Fleiß und durch Tüchtigkeit hat er es zu solchem Reichtum gebracht, sagten sie anerkennend. Die angesehensten Bürger der Stadt luden Peter in ihr Haus. Viele boten ihm ihre Freundschaft an und wenn er auch nicht mehr sehr jung war, so wäre doch so manches Bürgermädchen gerne seine Frau geworden. Peter glaubte aber weder an wahre Freundschaft noch an Liebe und schon gar nicht an Treue. Hinter allem freundlichen Gerede vermutete er nur Eigennutz und Falschheit. Immer mehr zog er sich von den Menschen zurück. Schließlich sperrte er seinen Laden für immer zu und wurde ein einsamer Sonderling. Als Peter alt und gebrechlich geboren war, überlegte er, wer seinen Reichtum erben sollte. Peter hatte weder Verwandte noch Freunde. Kein Mensch schien ihm würdig genug, das große Vermögen zu bekommen. Eines Tages fiel Peter wieder der alte, seltsame Spiegel in die Hände. Er blickte hinein und sah sein eigenes Gesicht. Erst hell und klar, allmählich aber nur noch wie im Nebel und schließlich gar nicht mehr. Jetzt erst erkannte Peter, dass auch er viele Schwäche besaß. Sein größter Fehler war es gewesen, für andere weder Liebe noch Güte und Verständnis empfunden zu haben. Noch in der letzten Stunde seines Lebens raffte er sich auf, ein neuer Mensch zu werden. Er übergab seinen Reichtum Spitälern und Altenheimen seiner Vaterstadt Linz. Den Spiegel zerschlug er. Niemand sollte mehr die Fehler anderer Menschen darin sehen können und darüber die eigenen vergessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.